Da können wir nämlich das Auge des Zutu herbeirufen. Bald. Ich will aber vorher noch so was bauen, dass wir ihn leichter bestimmen können. So eine kleine Arena. Ich gehe doch ummasken. Das Auge habe ich mit. Waffen. Muss ich mir jetzt noch zurechtlegen? Das sollte eigentlich reichen. So. Dann war der Zeit für das Auge. Okay. Da kommt's. So. 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 Der nehmt hier immer nur 25er, mit dem Fusion. Ah, und der ist nicht geschafft. Schade. Und ein Meteorit ist gelandet. Er hat jetzt irgendwie die Chlorine-Masherums genommen. Ah, ganz schlecht. Die kommen sofort weg. Schade, schade, schade. Aber wir haben ja noch versucht. Linsen haben, können wir, wir können für zwei auch machen Linsen. Also zwei verdächtig ausschauende Augen. Ich weiß gar nicht, wie viel HP der noch hatte. Ach. 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 Oder auch immer. Ah, was macht der hier? Schade. Wir haben es natürlich wieder nicht geschafft. Wir haben jetzt noch keinen Boss besiegt, obwohl der eigentlich ziemlich einfach ist. Aber äh. Ich hätte vielleicht so eine Portion nehmen sollen. Ich hätte diese verdammten Chlorine-Masherums ausbringen sollen. Hier noch ein paar Linsen mehr. Klar kann man ja nie genug haben. Ich tippe jetzt mal darauf, dass der Meteorit diesmal links gelandet ist. Ich hoffe auch. Das wäre vielleicht das Beste jetzt. Ich lege mir hier jetzt mal alles Mögliche. Bereit. Ich muss mich mal hier an den Hacken gewöhnen. Mal fertig. Ups. Da habe ich nicht auf unsere Lebenspunkte geachtet. Schlecht. Ich gehe jetzt doch mal nach rechts, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, dass er doch wieder rechts gelandet ist. Vielleicht sogar ganz in der Nähe. Aber wir haben halt vor allem noch keine Rüstung und das macht das Ganze so richtig schwer dann eben. Ja, was willst du denn hier? Ich kriege keine Augen mehr sehen. Außer dieses riesige, wenn es auf die Fresse kommt. Das kriegt es hoffentlich bald auf die Fresse. Vielleicht ist der Meteorit doch rechts, äh links. Jetzt haben wir schon versucht, dreimal versucht, einen großen Gegner zu wissen und dreimal fehlgeschlagen. Kann auch nur mir passieren. Aber es ist aufregend sowas. Wir werden es auch bestimmt noch schaffen. Und das nächste Mal kriegt der dann richtig auf die Fresse. Aber der letzte Meteorit? So. Ich hoffe, dass er jetzt auch mal bald kommt. Wir brauchen wirklich große Potions. Ich weiß nicht, wie man sich die macht. Lass ich mal den Guide fragen. Ah, das war sehr schlecht. Aber es kommt schon mit dem Guide. Nein. Da falle ich jedes Mal runter. Naja, jedes Mal. Ich bin ja jetzt erst zum zweiten Mal hier. Ah, natürlich. Also. Hier fängt der Dschungel an. Diesmal komme ich beim Dschungel mal hoch. Wahrscheinlich ist er im Dschungel gelandet. Kann ja durchaus sein. Kann ja durchaus sein. Nein. Ich hasse diese Stelle. Nein. Ich hasse diese Stelle. Ich habe euch nicht in den Dschungel gelandet. Ich habe das noch nicht in den Dschungel gelandet. Aber ich kann auch nicht in den Dschungel gelandet. Ich muss es in den Dschungel gelandet. Ich glaube wir werden die Theorie das doch links genannt wird. Oder vielleicht kommt doch noch was? Ich weiß es nicht. Der Meteorit kann überall genannt sein. Ach, was ist das hier das läuft? Stuhl, Spur und die sollen ja auch leuchten. Ich glaube einfach nur im Hintergrund. Ja. Ja. Hoi yoi yoi. Natürlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielen Dank.